Hallo Freunde, sehr herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Clash of Clans und yo nach dem Livestream haben wir wirklich sehr viel geschafft, wir haben ja, sieht man ja auch, mein Lager ist auch voll ja, ich muss jetzt halt vier Lager abbauen, ich hab einen dritten Bauern geschafft im Livestream und ja, es liefert alles wirklich cool und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hab jetzt auch die Mauerbrecher Level 2 und ja, warum momentan so unregelmäßige Videos kommen ist die Tatsache, dass, wie ich ja schon mal erwähnt hatte, ich bin momentan viel im Stress und ja, Nico halt auch und ja, wir bemühen uns zwar Videos zu machen, aber ja, es gelingt uns halt nicht immer es stand ja auch im Uploadplan, dass wir uns vielleicht nicht immer daran halten können und ja, das ist halt blöd gelaufen, aber was soll man dann machen, denn ja, ich bin halt kein Supermensch, der alles gleichzeitig machen kann und ähm, genauso wenig kann ich mich halt auch an die Uploadzeiten dauerhaft halten das ist natürlich scheiße für die Leute, die natürlich dann meine Videos genau um die Uhrzeit gucken wollen sich vielleicht dafür etwas Zeit nehmen und dann natürlich kein Video kommt, ne und äh, kann ich ernsthaft ganz gut nachvollziehen ähm, ja, ob das mir leid tut, ist so eine andere Sache ich hab ja gesagt, dass es, äh, äh, also nur geringermaßen um es ganz klar zu stellen, denn, äh, ich hab ja gesagt, dass ich nicht die Zeit hab, äh, immer Videos zu machen und ich ja noch einen Zweitkanal hab, auf dem Videos jetzt folgen und, ähm, der jetzt da hier natürlich auf dem Kanal, äh, natürlich ein bisschen zurückstockern muss das ist natürlich, ähm, leider so und, äh, ja ich werde jetzt außerdem öfter, äh, live streamen ähm, aus dem Grund, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat mal wieder auf der Plattform aktiv zu sein da war ich ja schon sehr lange, äh, nicht mehr aktiv und, äh, ja, jetzt wollte ich mal, äh, mal wieder was, äh, tolles zu machen was mir übrigens auch noch aufgefallen ist ich hab ja nur grad das Gold bekommen und nicht das Elixier was natürlich sehr schlau war weil mein Lager ja auch sehr, sehr leer ist ähm, denn, ähm, ja, sehr toll angegriffen hab ich das sehr super gemacht und, ähm, ja ich schaffe mir noch die 50% ich bezweifle jetzt ganz ehrlich, aber naja so, ich, ähm, es also, was ich jetzt geplant hab ist, äh, dass ich jetzt Videos auf PC machen werde demnächst wieder, also ich versuche das ähm, ob das natürlich klappen wird ist, äh, da so eine Sache denn da bin ich mir nicht so sicher denn, äh, ja sonst hätte ich's ja schon lang gemacht ähm, und ja, ist halt blöd jetzt, aber ja, jetzt muss ich's halt immer auf Handy aufnehmen ich find die Audio ist auch ganz in Ordnung auf Handy und, äh, die Qualität halt auch aber ich könnte halt zum Beispiel in Full HD aufnehmen ähm, auf PC und, äh, hier halt nur in 720p ich hab halt nicht so ein krasses Over-High-End-Ding wie, äh, Nico zum Beispiel machen könnte Nico könnte zum Beispiel auch 1080p 60fps machen aber, äh, ich hab gesagt dass er 720p 60fps machen ähm, da wenn mal was vom Gerät her schiefläuft dass, ähm, dass er halt noch genug Leistung dazu frei hat ähm, ja, das weiterzumachen und es könnte sehr knapp werden sehe ich gerade und, äh, ein Bogenschütze lebt noch ähm, es werden ganz knapp 50%, was ich natürlich krass finde ähm bam ah doch, auch nicht so der Chip hat sich gerade geärgert er hätte beinahe noch gewonnen ähm, ja, was ich noch sagen will ähm, Verteidigungs-Log, ähm, ist die beiden Angriffe sind seit der neuen Base, äh, da und, ähm was natürlich sehr geil ist ähm, ich möchte euch mal was zeigen gucken, ob das mit meinem Gerät noch funktioniert ähm, warte, wo war das? achso, doch, das war hier, da hier, dieses Clash of Clans 360 erhebe einen virtuellen Überfall äh, erlebe einen virtuellen Überfall schau von deinem Bogenschützenturm aus wie feindliche Truppen in deinem Dorf einfallen das optimale Sehvergnügen bietet die YouTube App für mobile Geräte mobile Geräte ähm, yo, was geht? oh, das geht ja mal gern, danke, los jetzt oh, das Ratter ist so lange läuft, das war gar nicht gut das ist ein Dragon oh, das Ratter ist so lange, das ist so ganz gut das ist ein Dragon Ich stehe noch, ne? At least we didn't get three stars. Haha! Wir haben gewonnen. Er ist verloren, aber ich weiß, egal. So. Nice, oder? Finde ich auch. Also, was man da so alles machen kann, ist natürlich so eine Sache, ne? Manche finden es vielleicht gut, manche vielleicht auch nicht. Ich bin übelster Fan gerade von der Erneuerung. Die andere habe ich mir noch nicht angeguckt, aber mehr erfahren. Sneak Peek. So. Ähm, ich mache dazu nochmal ein extra Video. Das ist gerade ein bisschen viel. Ähm, so. 83.000, das ist ganz gut. So, einen Bauern haben wir jetzt noch frei. Ähm, ich gucke mal, was wir upgraden können. Und, ähm, so. So. Kanone. So, so. Und, äh, ja. Das Video soll heute noch kommen. Genau, Montag soll das kommen. Und, äh, ja. So. Ich mache hier schon mal Ende. Und, ähm, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und, ähm, ja. Dann bis zur nächsten Folge. Let's play Clash of Clans. Ähm, die vielleicht, vielleicht auf PC sein wird. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich finde die Qualität auf Handy auch ganz schön geil. So. Mit dem Satz beende ich dieses Video. Ciao.